ich würde sagen hallo nächsten folge wir sind in der wüste oder warum das heißt wir haben ja endlich ratterlos geschafft nach mehreren versuchen jetzt freue ich mich natürlich auf den nächsten ätzenden gegner den ja bloß ich bin sehr gespannt bezweifle dass ich direkt am anfang schaffen werde anders mal so mit ausgedrückt für mich selbst ja wir werden sehen was ich dazu sagen soll erstmal suchen wir den lieben herrn also ich habe diesmal wirklich daran gedacht dass ich alle mitnehmen müsste man wirklich versuchen mehr mit den fallen zu arbeiten mir vielleicht noch eine andere falle zu bauen dass ich mehrere dabei habe hätte ich vielleicht jetzt vorher auch gerade mal machen können habe ich gedacht ja aber ich habe die fallen ich habe die fallen mit und dann werden wir sehen ob wir ihn schaffen oder nicht und meistens ist er hier drin gell meine zumindest dass ich dem hier schon mal begegnet bin und auch daran seien der dann hier drin ist oder es ist einfach gar keiner da natürlich auch möglich ich glaube ich habe mich auch das ist auch nicht die ecke wo der war er war woanders ich freue mich ja überhaupt nicht das da könnte ja bloß sein folgen einfach den spuren das könnte die ablust dann sein wenn die anderen dann ratian waren ja ich bin gespannt ob ich den alleine schaffe ich habe bis jetzt noch nie gegen den alleine gekämpft dazu sagen also wirklich noch in einem einzigen hunter ob den gab es früher meine ich auch so weit bin ich nie gekommen aber das habe ich ja schon in der letzten folge erwähnt dass ratalos meistens ein ende war ja bloß dann gucken wir mal also ich weiß ja gut wir haben ja schon mal gegen die ablos gekämpft ist jetzt nicht so dass wir noch nie gegen den gekämpft hätten ich weiß zumindest dass der halt der die erde sich verpieselt okay ich halte mich mal weg wusste nicht dass seine filmsequenz noch kommt das ist aber nicht die ablos sieht ein bisschen anders aus aber da kommt jetzt bestimmt aus der erde ich wusste es ich halte mich einfach mal kurz schon mal rein kann ja nicht mehr viel film sein oder doch also ich muss sagen da finde ich ratalos schon schöner es ist sowas zu essen aber es ist sowas noch gut ist es 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 Ja, ich muss mich schneller bewegen. Ah, fuck, ey, Frau. WTF? Ich hatte gar keine Chance. Wie wolltest du dich einfach nicht bewegen? Gut. Ich glaube, die Frage erübt sich bei... Üb... Das ist, was ich meine. Er übrigt sich, ob ich den, äh, schaffe. Was soll das sein? Bitte. Das ist echt, ähm... Warum? Ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt, äh, beschissene Ausrüstung hätte. Ich meine, die, äh, Halloween-Ausrüstung ist eigentlich super. Oh, ich glaube, ich wurde gerade gespoilert. Gegen wen man nochmal kämpfen muss. Ähm... Ja, das Problem ist halt, das ist ein ganz anderes Kämpfen, wenn man weiß, dass man irgendwie zusammen das gemacht hat. Weil er dann halt auch mal gegen andere geht, weißt du? Und nicht gegen... Jetzt... Verpiss dich! Du sollst nicht springen, hör auf! Geh! Eigentlich bewegt er sich relativ langsam, gell? Ich glaube, das hat nix gebracht. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Lauf! Lauf! Jetzt waff! Oh, Gott sei Dank! Lauf! 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 Oh, Gott sei Dank! Das ist ein çiz! Das ist halt der Vorteil. Er bewegt sich relativ langsam! Oh, shit! Konzentration! Steh auf! Oh, fuck! Steh auf, steh auf, steh auf, steh auf! Okay, der haut, glaube ich, abgeht. Kann halt wieder passieren, dass ich relativ leise bin. Und ruhig. Aufnahmen läuft, ja. Ähm... Ich muss mich hier... ...kennall hart konzentrieren. Habe ich keine Blitzkapsel mehr? Oh, nicht in sein Gesicht springen, du blöde! Fuck! Fuck! Ich kann... Ich habe nur nicht mal eine Chance mich hier... Oh, Gott sei Dank! Was bringt... ...hier eigentlich? Das ist ja schon ein kleiner Wichser, ne? Eigentlich ist der auch... ...nicht so... ...tubo... ...schnell! ...schnell! Geh auf! Ich weiß zwar nicht, was diese Schreikapsel bewirkt, aber gut. Ich weiß zwar nicht, was diese Schreikapsel bewirkt, aber gut. Ich weiß nicht, ob man den Schwanz... Geil. ...an den Schwanz abhacken. ...schnell! Schreik, schreik, schreik! ...schreik, schreik! Okay, meinst du? ...haut er jetzt ab? Ja, jetzt haut er endgültig ab. Das heißt, ich kann mal in Ruhe kurz... ...was machen. Puh! Er hat noch keinen Totenkopf und nix. Schade. Wäre schön, wenn der schon einen Totenkopf hätte. Äh... ...maxi-Tran kann ich, glaube ich, nicht verwenden, ne? Komm her! Wieso kommt ein Schratian nie, wenn man ihn braucht? Wieso? Hm. Oh... Ja. Das, ähm... ... Das war's. Fuck. Lauf, 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 lauf! Komm, kipp um! Ich will dein letztes Horn haben. Okay, der haut ab. Was gibt's hier? Oh, der Fackel. Puh. Ich glaub wir kriegen den aber ganz schön, also ganz gut hin. Ich schwätze einfach mal die Waffe schonmal. Wenn der halt irgendwo mal schlafen würde, wüssten wir, dass der fertig ist. Ich find das ist immer schwer zu sagen, ob das Vieh fertig ist oder nicht. Weiß nicht. Ich find das immer so schwer zu entscheiden. Und wenn man dann die Falle benutzt hat und dann ist das Vieh nicht fertig mit der Welt, dann hat man die Arschkarte gezogen. Weil sie wisst, was ich meine. Ah, ja. Okay. Nein, 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 Fuck. Okay, er geht gegen Mautzi. Boah, das ist mega laut hier. Ich hab grad ein bisschen Probleme mich hier zu konzentrieren. Okay. Steh auf, steh auf! Puh! Ich denke, der ist langsam kaputt. Aber ich bin mir halt nicht sicher, wisst ihr? Ich finde es ist so schwer, das zu deuten, ob der jetzt wirklich kaputt ist oder nicht. Ich will mich verarschen. Es wäre geil, wenn Ratjan dazwischen käme. Wenn man den mal braucht, wisst ihr, dann kommt der nicht. Oder sie. Ratjan ist ja, glaube ich, das Weibchen. Ich will mich ver-kack-eiern. Hast du den jetzt verloren? Hey! Willst du mich verarschen, du kleines... Mistvieh! Ich schläft ja. Ich schläft ja. Ob ich das versuchen soll? Ja, 20 Minuten. Könnte sein, gell? Dass das schon so weit ist. Aber der schläft nicht, der bewegt sich. Oder? Äh. Wo ist er hin? Äh. Wo ist er hin? Ist er hier unten drunter? Unten. Wo kommt man denn hier nochmal schnell runter? Da schläft er wirklich. Aber jetzt sei doch nicht erschöpft. Öfft sein, bringt jetzt gerade nicht viel. Läuft. Hoffentlich. Und hoffentlich reicht es auch. So k.o. wie er jetzt ist. So, jetzt habe ich immerhin die zweite Mission erledigt, die ich noch erledigen wollte. Fehlen noch zwei. Okay. Produzieren ist, glaube ich, heute nicht so wirklich. Wir haben schon 15 Uhr. Zwei Stunden muss ich fertig sein. Okay. Ähm. Aber wir haben jetzt gelernt, dass es einfacher, jemanden zu fangen. Dann ist man schneller, wesentlich schneller fertig, als wenn man, ähm. Ja. Also tötet. Meine ich. Da muss ich echt immer dran denken jetzt. So. Du, du, der, du ganz, was? Im Deutsch. Du, du, der, du ganz oben stehst. Entschuldigung. Du hast dir das Recht verdient, das Geheimnis des Drachens zu erfahren, der einen Vulkan auf dem Rücken trägt. Das Licht des Lebens selbst hat seine Aufmerksamkeit erregt und ihn von seinem Grab weggelockt. Und jetzt ist er im ewigen Strom verschwunden. Der Drache schwebt am Rande des Todes, voller feuriger, lebensspendender Energie. Der ewige Strom verbindet alle Winkel dieses Kontinents, wie die Venen eines schlagenden Herzens. Sollte der Drache dort dem Tod erliegen, würden seine Unmengen an Energie durch diese Venen schießen. Sie entzünden und auf dem Kontinent nichts als verbrannte Erde zurücklassen. Dies ist das Geheimnis des Drachens und das Schicksal dieses Landes. Der Lauf der Natur lässt sich nicht abändern. Okay. Klingt nicht gut. Alle bitte, Ruhe. Werfen wir nochmal einen Blick auf unsere derzeitige Lage. Dank der fleißigen Arbeit der fünften Flotte haben wir ein paar Dinge herausgefunden. Erstens, der Zora Magdaros ist auf dem Weg zum ewigen Strom. Zweitens, wenn er stirbt, wird die Bioenergie freigesetzt, die er angesammelt hat. Und drittens, der ewige Strom durchströmt jeden Winkel der neuen Welt. Wenn der Zora also im ewigen Strom stirbt, wird seine Bioenergie uns alle zur Hölle schicken. Kommandant, die Kommission sollte die Evakuierung zur obersten Priorität machen. Ich werde meiner Schwester sagen, dass sie das Luftschiff bereit machen sollten. Uns bleibt keine Zeit. Wir müssen den Zora Magdaros erlegen. Was? Wir haben garantiert nicht vor, uns alle ins Jenseits zu befördern. Korrekt. Und unser Auftrag hier ist, die Funktion der Bestie im Ökosystem zu erforschen, nicht sie aus dem Ökosystem zu entfernen. Ähm, vielleicht habe ich da eine Alternative. Was, wenn wir versuchen, ihn irgendwie vom ewigen Strom wegzulocken? Ihn weglocken? Ja, Sir. Ich habe etwas recherchiert. Der ewige Strom grenzt doch ans Meer, oder? Wenn wir den Zora Magdaros also aufs offene Meer locken könnten... Klingt logisch. Dann könnten wir der Explosion entgehen. Und die freigesetzte Bioenergie erschaffte mehr ein neues Ökosystem. Das Leben ginge weiter. Muss ich Sie daran erinnern, Sir, dass unsere Vorräte gerade knapp sind von unseren Fangversuchen? Selbst wenn wir genug Vorräte hätten, mit welcher Waffe könnten wir ihn denn von seinem Weg ab... Keine Sorge! Ich habe einen Plan! Einen sehr großen Plan! Ist das das, für das ich es halte? Haha! Jetzt wird's interessant! Das Schiff? Mhm. Sie haben sicher ganz schön Zeit gelassen, Kapitän. Wir sind froh, dass Sie jetzt da sind. Schön hier zu sein. Ich habe alles dabei, was wir brauchen. Ballisten, Kanonenkugeln und Vorräte. Und auch noch eine kleine Überraschung. Die Gilde hat uns ein fantastisches Schiff gegeben. Es ist mit der neuesten, anti-Drachen ältesten Waffe ausgestattet. Einem Drachenspeer. Ausgezeichnet. Die perfekte Waffe, um den Sura Magdaros aufs offene Meer zu treiben. Jäger! Es geht los! Schließt eure Vorbereitungen ab und begebt euch zum ewigen Sturm. Einzelheiten erkläre ich vor Ort. Wir können das schaffen! Wir müssen das schaffen! Möge der Saphir-Stern unseren Weg erhellen! Und jetzt Bewegung! Ich rate mal jetzt einfach, was als nächste Quest kommen wird. Frag den Sura Magdaros zu verabschieden! Für uns alle! So, der will mit mir reden. Wenn ich so recht überlege, kommen wir mit unserer Forschung erst so richtig voran, seit die fünfte hier ist. Ich hatte gehofft, ihr wärt der Tritt in den Hintern der Kommission, der nötig war, um voranzukommen. Aber ihr seid noch viel mehr. Ihr seid eine richtige Naturgewalt. Ich werde mir einfach mal selbst dafür auf die Schultern klopfen, dass ich so klug war, euch hierher zu bringen. Sag mal, du hast gar keine Arbeit geleistet. Hör mir zu! Die Zeit läuft uns davon. Du musst zum ewigen Strom. Was zu tun ist, besprechen wir vor Ort. Viel Glück! Und möge... Warum sagt er das? Aber nicht ganz. Und möge der Saphir-Stern unseren Weg erhellen, dein, mein und den der Gilde. Okay. Ähm, gut. Dann würde ich sagen, das Reden mit der Wildexpertin übernehmen wir dann in der nächsten Folge. Und bis dahin... Viel Spaß, Mann. Zugucken. Bei irgendwas anderem. Tschö, tschö! Musik Musik